Ah. Aha. Okay. Okay, 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 okay. Aber warum sind dann da drüben auch welche? Vielleicht wenn man zurückkommt. Wollen wir schon noch sehen. Jedenfalls muss der hier nach unten. Dann. Perfekt. So, hier ist gleich ein Schalter. Dann betätigen wir den mal. Ah. Gut. Gut, gut, gut. So, ähm. Ja. So. Und jetzt schwingen... ...deinen Arsch da hoch. Sehr schön. Ist hier noch irgendetwas? Nein. Nächster Schalter. Was macht der mit der Katze garantiert? Senkt sie ab oder so? Oh, fast. So. Ach so. Spring! Hey! Das ist schon wieder Kokos. Mit dem machen wir noch locker. Wo sind sie denn? Oh. Ha ha! Das war einfach. So. Gut. Das haben wir geklärt. Das ging ja einfach. Man konnte auch den schön mit Salto ausweichen. Tschüss, Katz. Wir sehen uns. Au. Ist hier noch was? Nee. Ich hab so das Gefühl, da kommt jetzt was. Deswegen hab ich mir schnell mal ein Mediket reingeschmissen. Ja, ja. So. Wie lange überlebst du? Oh, du kannst noch mal verziehen, was passiert. Ah ja, das war's dann aber auch. Knochen nicht so lange. Das macht dich nur unsympathisch. Oh, kurzen Moment. Puh, alles in Ordnung. Ich hab vorhin nämlich fürs Up'n und so die Lüfter von meiner Grafikkarte auf ganz niedrig gestellt. Ich dachte, die ist jetzt kurz vorm Überhitzen. Aber bei dem Spiel scheinbar nicht, da hätte ich sie sogar so niedrig lassen können. Wahrscheinlich. Ja, und der nächste Part ist auch geabt. Denn es wird gerade der dritte jetzt geabt vom letzten, also von der aktuellen, vorherigen Aufnahme. Sozusagen. Gut. Ähm. Einfach mal runter. Ja, das war logisch irgendwo. Sehr gut. Oh, wow, 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 wow. Oh, ja, genau. Ja, man kommt wie... Oh, er sabbert nicht so. Oh, fick dich. Da. Und komm schon. Und... War zu spät. Schmeiß ich mir mal ein großes ein. Noch mehr Katzis. Na, sowas aber auch. Da hol ich mal die raus. So. Wollen wir gleich den... Ne, der Schalter ist schon umgelegt. Und wer auch immer den umgelegt hat. Das war schon hier einfach so ausgelöst worden. So. Hallo. Na? Tschüss. Oh. Ah, man. Ich hasse die Katzen. Die sind ganz schön hartnäckig, wenn man sie nicht unter Kontrolle hat. Shotgun ist vielleicht gar nichts für die. Da ist man zu unflexibel. Aber anfang versuch ich's. Wie sie halten, für sich 60 macht durch. Über den Rücken. Ey. Haha. E-Frau hat's drauf. Teilweise. So. Was hat mir das jetzt gebracht? Ja, es hat was gebracht. Hey! Wie gepackt war das denn jetzt? So. Hä? Muss ich vielleicht nach hinten? Kann ich auch nicht... Oh, doch. Entschuldigung. Nehm alles zurück. Mein Fehler. Wie immer. Hopp. So. Sieht das schon viel besser aus. Hey, jetzt kann doch nicht sein. Stopp mal. Was ist dieser komische Stummel da? Ja, aber sehr merkwürdig. Muss ich an dem wirklich festhalten? Ah. Ja, toll. Und jetzt? Was hat es bewirkt? Sehe ich das irgendwo? Was soll denn der Scheiß? Was soll denn der Scheiß? Schieße ich halt mal da hoch. So, und jetzt? Aha. Wenn der jetzt da drüben ist, dann... Macht das auch keinen Sinn. Wo ist der jetzt hin? Hallo? Also... Was bringt der mir da oben? Wie komme ich denn da hin? Also... Wenn ich da rüberspringe, kann ich aber kaum Kuh drücken. Doch. Ist ja unglaublich. Ja, komm, schwing dich. Oh, dass man immer erst nach vorne schwingen muss, ey. Ansonsten bewegt sich die kein Stück. So, und jetzt müssten wir doch da hochkommen. So, jetzt sind wir schon mal hier. Oh, ich hab da voll Muni vergessen. Naja. Da würde ich wieder runterkommen. Das heißt, wir müssen hier auch wieder zurück. Oh! Da 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 da! Komm, weret angry! Oder so. Mal erst mal gleich die Waffen gezogen. Na, na? Lara in the house? Das gefällt mir nicht. Okay, was war daran jetzt so? Übel? Ich weiß, die Wand sieht angeknackst aus. Muss man kaputt machen, irgendwie. Gehen wir gleich mal hier hoch. Steigen den Tatsachen aufs Dach, tschüss. Schön gemacht. Du kriegst mich nicht. Nein, vergiss es. Haha. Dich habe ich schön verarscht. Das war toll. Sehr spannend. Gut. Da kann man sich nicht festhalten. Ich mache ein kleines bisschen. Da war irgendwo ein Kuh. Hä? Achso, ein Wandlauf. Nein, ein Wandlauf. Äh. Wie sie halt in diesem Scheißgitter wirklich laufen kann. Hey! Ja, ja, Vorsicht. Nein, da musste ich gar nicht rüber. Fang dich! Sie kann sich doch festhalten. Eins runter. Dann würde ich gerne eins hoch gehen. Oder gehen wir eins rüber. So, äh. Ich habe hier absolut keinen Überblick gerade. Aha, gut. Habe es gesehen. Und die Situation erkannt. Ja. Das nächste. Hm. Aha. Warte mal. Okay, das geht nicht. Muss ich mich da ranhängen? Von da drüben? Oder geht's auch so? Nein, geht's nicht. Ähm. Zahnrad. Okay. Dann setzen wir das mal in Gang. Wenn das klappt wieder nicht. Also nicht so gut wie vorher. Das war ja logisch. Es war logisch. Wäre auch toll, wenn es mal hintereinander geklappt hätte. Sicher. Wissen Sie nicht, was ich jetzt wieder anders drücke, aber... Drücken wir halt mal nicht nach vorne, sondern nur zur Seite. Ja, und lassen Sie mal ein bisschen totspringen. Ist das nicht schön? So spannend. So spannend. Vielen Dank.